hallo zusammen herzlich willkommen zurück zu einem weiteren video es geht tatsächlich noch mal um den alphacool apex metal fan nicht so sehr um den lüfter an sich sondern ich sag mal um die auswirkungen meines tests denn wir hatten vor ein paar tagen einen test online gestellt wo ich meinte irgendwas stimmte nicht und das hat sich bewahrheitet denn meine ergebnisse wie ich ihn krass von den ergebnissen ab die igors lab präsentiert hatte und zu dem zeitpunkt war nicht ganz klar liegt es jetzt an meinen ergebnissen liegt es an seinen ergebnissen und mittlerweile sind wir ein bisschen schlauer und es hat sich sehr viel entwickelt es gab ein sehr sehr komisches statement video und dazu muss ich einfach was sagen weil sowas habe ich wirklich in der branche glaube ich noch nie erlebt aber um euch das ein bisschen abzuholen möchte ich euch so ein paar informationen vorab geben damit er nicht alles komplett nachlesen müsst alphacool hat den apex stealth metal fan ja schon während der computex mal gezeigt aber am 9 oktober gab es bei igors lab einen vorab test von einem lüfter der kein produktions sample war also nicht direkt aus der normalen produktion sondern vorab sample und dort wurde der lüfter als revolution am lüfter markt bezeichnet und es gab da formulierungen wie jetzt müssen die mitbewerber ganz tapfer sein oder für 30 euro bietet alphacool mit dem apex stealth metal fan eine unschlagbare offerte unten stand dann zb in der zusammenfassung hohe volumetrische airflow solider statischer druck perfekt für radiatoren geeignet und ganz am ende der alphacool apex stealth metal fan ist aktuell einfach der beste lüfter am markt punkt bereits am ersten tag gab es aber bei igor im forum schon ich will nicht sagen kritik aber fragen die aufkamen zu seinem test denn es gab da so ein paar ungereimtheiten unter anderem zb wenn man sich einfach mal die grafik anschaut von dem apex metal fan auf einem 25 mm radiator versus einem 60 mm radiator und auch einfach nur im gehäuse verbaut da konnte man unter anderem sehen dass der lüfter im gehäuse montieren in luftstrom von 78 m pro stunde haben soll und auf einem 60 mm radiator 75 m pro stunde also wir reden hier von drei kubikmeter unterschied von er hat keinen widerstand zu er sitzt auf einem 60 mm radiator das ist so viel das ist ein krasser widerstand für jeden normalen lüfter und unter anderem war der luftstrom beim 60 mm radiator höher als beim 25 millimeter radiator da muss man sich schon fragen ist ja komisch wie soll bei einem größeren radiator mit mehr widerstand plötzlich mehr luft durchkommen als beim 25 mm dicken radiator und das haben wirklich viele bei igor im forum geäußert viele viele leute und die kritik wurde meistens abgewatscht oder es ist oft auch gar nicht genau auf die kritik kritik eingegangen worden wie jetzt zum beispiel genau dieses beispiel mit dem 60 mm versus 25 mm radiator so ging das dann bis zum 11 und 12 dezember als dann mein test online ging und auch ein test von hardwarebusters und das hat sich halt null gedeckt mit dem was igor gezeigt hat wir hatten ja zum beispiel bei igor 130 prozent mehr luftstrom bei einem 45 mm radiator versus einem sehr sehr guten noktua lüfter und das hatten wir in meinem video auch schon getestet und normalerweise ist das einfach so auch wenn ich eben keinen direkten luftstrom gemessen habe sondern einfach nur die temperatur es ist einfach so dass ein höherer luftstrom in einem luftkühler oder auf einem radiator sich direkt übersetzen lässt in eben bessere leistung also kann man mehr luft durchdrücken in einem radiator dann kann der radiator auch mehr wärme abführen das ist ganz logisch das ist physik da gibt es relativ wenig was man dagegen sagen kann igor hat natürlich zu recht darauf hingewiesen dass mein ergebnis mit dem radiator nicht direkt mit seinem radiator vergleichbar sind weil bei mir die finnendichte eine andere war trotzdem ist das ergebnis nicht plausibel weil wir reden von 13 finnen pro inch und 15 finnen pro inch das ist halt ein kleiner unterschied das ist nicht die hälfte oder irgendwie 100% unterschied in der finnendichte ist ein sehr sehr kleiner unterschied dementsprechend ist es auch bei einer anderen finnendichte nach wie vor einfach nicht plausibel zum zeitpunkt meines videos habe ich dann eben darauf hingewiesen dass es eben massive differenzen gibt zwischen meinen tests und seinen tests und ich konnte natürlich aufgrund dieser einfachen faktenlage ja nicht sagen hat er jetzt einen krassen fehler oder habe ich einen krassen fehler weil es waren zwei tests und man muss natürlich mehr heranziehen als einfach nur zwei ergebnisse auch wenn seine ergebnisse auf dem papier schon nicht unbedingt plausibel waren aber es reicht eben nicht um einen vernünftigen ja rückschluss zu ziehen das problem an der ganzen geschichte ist allerdings dass alpha cool während dieses zeitraums vom 9 oktober bis auch der 12. dezember und später ja viele vorbestellungen von diesem lüfter angenommen hat nicht nur deutschland sondern weltweit das heißt es haben tendenziell hunderte und tausende leute diesen lüfter vorbestellt auf basis der aussage es ist der beste lüfter der welt punkt und das ist natürlich kritisch weil ihr könnt davon ausgehen wenn hunderte leute so ein lüfter bestellen wahrscheinlich tausende die geben ja 30 euro pro lüfter aus in dem glauben den besten lüfter zu kaufen der in der realität aber gegebenenfalls schlechter ist als den lüfter den sie gerade schon haben und das ist dann einfach ein problem weil man trägt da als tester eine verantwortung dass das was man da sagt auch der realität entspricht dann kam zum beispiel noch hinzu dass sich andere tests weiter verzögert haben das hat alpha cool hier in einem kleinen kommentar im hardware looks forum gesagt dass aufgrund von irgendeinem problem bei den lüftern sich weitere unabhängige tests verzögern auch ich habe meine lüfter erst später bekommen als es ursprünglich eigentlich ausgemacht war weil es bei den ersten samples oder produkten einfach ein problem gab das kommt vor das ist auch erstmal gar kein großer kritikpunkt bedeutet aber natürlich dass weiterhin dieser test von igor der möglicherweise eben fehlerhaft war oder jetzt mittlerweile ziemlich sicher fehlerhaft war dass der einfach dazu führt dass viele leute sehr sehr lange vorbestellen im glauben dass der lüfter besser ist als er einfach ist und wenn ich jetzt sage igor ist es auch ein bisschen problematisch denn es hat sich ja auch gezeigt im laufe der zeit dass die testergebnisse in dem artikel von igors lab gar nicht von igor kamen sondern von seinem mitarbeiter pascal und igor hat den artikel aber unter seinem namen verfasst also wenn man auf den artikel geht steht ja oben igor und dementsprechend geht man davon aus erstmal dass es von ihm kommt er schreibt zwischendurch auch dass er also er schreibt er in der ich form dass er viele lüfter zwischendurch getestet hat deswegen war das auch so ein bisschen schwammig und zwischendurch gar nicht unbedingt klar aber mittlerweile gibt es eben auch andere ergebnisse zum beispiel von zwiklockers die haben auch eine ziemlich gute reputation und die haben den lüfter nicht so gut bewertet die haben davon abgeraten diesen lüfter zu kaufen es gibt einen relativ praxisnahen artikel von gamestar dort wird der lüfter ich würde mal sagen mäßig bewertet als eigentlich ganz leisen lüfter der aber nicht unbedingt so gut performt ähnlich wie bei mir war er zwischen ich sag mal zwei bis vier fünf grad schlechter auf einem noctua luftkühler als es eben der standard noctua lüfter war hardwarebusters die haben auch eine sehr sehr gute reputation haben dann auch geschrieben dass sie von dem lüfter einfach mehr erwartet haben und man hier auf gar keinen fall von einer revolution am lüftermarkt sprechen kann so weit so gut es zeichnet sich also ab dass auf jeden fall was mit den messungen die auf igors lab gezeigt wurden irgendwas nicht stimmen kann und wenn jetzt vielleicht auf die idee kommt igors lab wurde irgendwie dafür bezahlt von alphacool kann ich euch sagen das ist komplett abwegig sowas auch wenn viele leute sowas immer wieder schreiben und da gerne so ein bisschen sag ich mal verschwörungstheorien reinbringen sowas passiert in unserer industrie nicht das kann ich euch sagen wie es ist dafür mache ich das viel zu lange dafür kenne ich hinz und kunst ich kenne auch alphacool und igor weder der eine noch der andere würde sowas machen weil alphacool würde sich auf lebenszeit erpressbar angreifbar machen ohne ende igor würde seine komplette existenz aufs spiel stellen warum sollte er sowas machen das ist abwegig sowas passiert nicht das macht keiner das ist ganz einfach bezahlt wurde dann niemand das irgendwas falsch getestet oder beschönigt wurde es ist also aus meiner sicht wahrscheinlich ein technischer fehler oder es wurde nicht richtig getestet der testaufbau ist falsch aber ich bin ziemlich sicher dass da keiner bezahlt wurde das ganze problem ist wirklich der umgang damit der umgang dass man einen fehler gemacht hat und das ist auch so ein bisschen problematisch für alphacool natürlich hat jetzt alphacool auch ein pr-problem weil jetzt kommt zum beispiel so ein video von mir und auch die ganzen foren beiträge da müsst ihr nur mal ins pc games hardware forum gehen hardware looks computer base spielt keine rolle wo ihr hingeht ja die resonanz zu den lüftern und den testergebnissen mit der erwartungshaltung die man vorher hatte die ist sehr sehr schlecht was natürlich zu stornierungen zurechtführt bei alphacool und auch einem schlechten image dass der lüfter jetzt wahrscheinlich für immer haben wird was ich mich zum beispiel bei alphacool oder seitens alphacool frage dazu habe ich keine antwort ich kam jetzt leider auch nicht mehr dazu bei alphacool nachzufragen es ist gerade 23 uhr ich mache das video schnell abends und das problem das ich da sehe ist igor hat seine ergebnisse präsentiert und alphacool hat ja dann auch bei igor im forum geantwortet also alphacool war sich ja vollkommen bewusst welche ergebnisse igor präsentiert hat da ist die frage entweder hat alphacool selber gar kein equipment um das zu testen um zu evaluieren ob das überhaupt stimmt und hat dann einfach nur auf igors ergebnisse vertraut und dachte sich geil bester lüfter der welt wir machen dann vorbestellungen in dem fall würde alphacool nicht wirklich eine schuld treffen andererseits ist eigentlich ein hersteller der so ein produkt macht auch in der pflicht sowas selber zu evaluieren und da müsste man ja eigentlich sehen die ergebnisse die die kommen ja eigentlich nicht hin die sind viel zu hoch und dann ist es den kunden gegenüber natürlich nicht fair wenn man sowas dann bewirbt weil alphacool hat anfangs mit diesen werten von igor ganz klar beworben mittlerweile wurde dieses marketing material seitens alphacool gestrichen und man wird jetzt mit den ergebnissen von hardwarebusters über die ich gerade gesprochen habe also mit den lüftertestergebnissen dementsprechend ja hat man da ein bisschen zurückgerudert das ist auch was wo alphacool man darüber nachdenken muss wie sie da in zukunft verfahren wollen aber darum soll es hier eigentlich gar nicht so sehr gehen aber worum es mehr geht ist dann eben die resonanz der leute die entsprechend in den ganzen foren negativ ausgefallen ist ganz klar die haben teilweise oder viele haben den lüfter vorbestellt wenn ihr einfach mal wie gesagt in die foren geht ich packe euch mal links dazu in die beschreibung das sind hunderte und tausende kommentare lest die durch könnt ihr euch ein eigenes bild von dieser ganzen situation verschaffen die sind nicht beleidigend aber natürlich enttäuschend und haben harte kritik an dem wie das ganze gehandelt wurde und das egal wie gesagt ob ihr jetzt dazu pc games hardware hardware lux oder computerbase geht oder eben igors lab selbst da gab es auch ein thema mit knapp 1000 kommentaren trotzdem muss man sagen auch nach diesen ganzen veröffentlichungen von den ganzen anderen review websites gab es erstmal keine einsicht bei igors lab dass hier irgendwas schief gelaufen ist vor allem nicht seitens pascal der dasselbe getestet hat der dann auch geschrieben hat so temperaturreelle tests das wird es hier niemals geben ja da wurde trotzdem gesagt nee man ist absolut davon überzeugt dass man hier alles richtig gemacht hat und nach vieler weitere kritik gab es dann tatsächlich mal ein statement bei igors lab und das war auch also sehr schwierig sage ich mal ganz ganz komisch das wurde auch von allen anderen oder von vielen anderen sehr kritisch aufgefasst auch das packe ich euch unten in die beschreibung um das kurz zusammenzufassen dort hat igor sehr kritisch über seinen mitarbeiter pascal gesprochen und auch in den kommentaren drunter die mittlerweile übrigens gelöscht wurden alle kommentare unter dem statement wurden nachträglich entfernt und die kommentarfunktion deaktiviert was ich auch sehr kritisch finde denn es hat für mich einfach den vibe dass man irgendwas verstecken möchte und igor hat da zum beispiel gesagt dass pascal irgendwelche gravierenden fehler gemacht hat die wurden nicht unbedingt im detail beschrieben die kommentare sind aber schon sehr schwierig und er schreibt dort zum beispiel von einfachen copy paste fehlern wo ich mir nicht klar bin ob er die falschen werte kopiert hat aber es ist klar dass irgendwas da nicht ganz richtig gelaufen ist und igor verspricht in diesem statement transparente aufklärung und dass er die testmaschine mit der die liefer getestet wurden mittlerweile an einen anderen mitarbeiter fritz übergeben wurden damit er das nochmal unabhängig testen kann um die ergebnisse zu verifizieren so weit so gut das ist eigentlich ja der gute teil davon der komische teil daran ist eben wenn man jetzt mal igors lab als firma betrachtet es ist ja nicht wirklich eine firma sondern eher eine one man show mit leuten die im hintergrund ihm helfen trotzdem ist es so dass es extrem komisch ist wenn der chef mitarbeiter mitarbeiter ich sag mal öffentlich bloß stellt das macht man normalerweise nicht also kennt das auch wenn jetzt bei audi jemand was verkackt und es rückruf aktion bei einem auto gibt dann stellt sich audi auch nicht hin und sagt mitarbeiter xy hat ihr was falsch zusammengebaut das macht man einfach nicht das ist auch eine wirklich eine ganz komische art aber es ist okay igor scheint da gründe gehabt zu haben seinen ruf zu retten ich habe da auch mit ihm darüber telefoniert da hat er mich aber gebeten da einige details nicht zu ja zu nennen das respektiere ich da werde ich auch nichts zu sagen ihr könnt euch wie gesagt über die kommentare die er öffentlich gepostet wurden trotzdem ein eigenes bild zu dieser situation machen pascal wurde laut igor in dem artikel von seiner aufgabe entbunden und es wurden praxisnahe tests versprochen die pascal vorher ausdrücklich verneint hat gesagt so was wird niemals passieren zitat wir machen keine temperatur tests haben wir nie und werden wir auch nie machen das problem ist aus meiner sicht eben nicht festzustellen dass man den fehler gemacht hat sondern der umgang damit und der ist wirklich also ihr kennt ja das leine sektipps drama das war schon schlecht der umgang mit problemen aber hier das ist aus meiner sicht noch mal ganz anderes level also wirklich ich sag mal aus pr technischer sicht schlechter hätte man es eigentlich nicht machen können wirklich dann irgendein drama von den mitarbeiter da öffentlich reinzuziehen und dann auch die kommentare zu löschen das im nachhinein zu deaktivieren und dann zum beispiel auch ganz komisch auf der startseite war der artikel erst ganz vorne weil die startseite von igor ist eigentlich normalerweise chronologisch sortiert und plötzlich war dann das statement nicht mehr chronologisch sortiert sondern weiter unten ein bisschen kleiner damit man es vielleicht nicht mehr so gut findet und falls ihr euch fragt wie ich auf sowas komme da bin ich selber gar nicht drauf gekommen sondern das habe ich einfach ich glaube entweder habe bei hardware looks oder bei pc games habe ich das gesehen dass dann die kommentare deaktiviert wurden und dass das irgendwie das ranking das chronologische verändert wurde also das ist nicht mal von mir irgendeine mutmaßung sondern einfach nur was was mir dann aufgefallen ist weil andere das geschrieben haben also es bin ich nur ich alleine sondern das sind hundert andere die da eben auch große probleme sehen und wenn man dann wieder die transparente aufklärung betrachtet dann ist das für mich alles ein bisschen schwierig also ich finde es ist nicht so transparent da hätte man auf jeden fall besser arbeiten können aber der eigentliche grund warum ich das video heute mache ist eigentlich ganz anderer denn pascal hat heute ein statement video hochgeladen und das übertrifft wirklich alles ich habe wirklich in der youtube laufbahn und zeit wirklich viele schlechte statements gesehen ich würde sagen das gehört auf jeden fall zu den top 3 wenn ich sogar top 1 der schlechtesten statements bei kritik die ich je gesehen haben wirklich also ich habe es geschickt bekommen erst von fritz also vom anderen mitarbeiter von igor dann habe ich mir das angeschaut und ich habe ihm ich habe wirklich gefragt ob das deren ernst ist ja also habe ich gesagt wenn das das statement so online geht dann ist game over das kann man nicht bringen da habe ich mit igor telefoniert habe ich habe ihm auch gesagt das ist ein absolutes unding und igor meinte nur er kann der pascal nicht davon abhalten so ein statement zu bringen das sehe ich absolut anders das hätte er aus meiner sicht verhindern sollen zumindest alles dafür tun sollen weil das ist das was da gesagt wurde da fehlen mir wirklich die worte und ich habe es mir zweimal angeschaut bevor ich dann auch mit pascal geschrieben habe und das schlimmste daran ist dass pascal die fehler null einsieht null gar nicht der kapiert nicht mal im ansatz dass das was er da sagt und was er dann tatsächlich auch denkt einfach ein riesen problem ist gerade für jemanden in so einer position aber wir gehen jetzt einfach mal in dieses statement rein das ist insgesamt 25 minuten lang übrigens zum zeitpunkt von diesem video als ich habe erst mal hier mehr sechs seiten hier aufgeschrieben das dauert natürlich ein bisschen dann wurde dieses video offline genommen aber ihr wisst wie das ist im internet pascal hatte das selber in diversen foren gepostet also bei pc games hardware hardware looks und wem wahrscheinlich auch bei sich selber im forum ich weiß es nicht aber das video ist mittlerweile schon wieder online hat jemand anderes gereuploaded so ist es wenn das hunderte leute gesehen haben im internet die dinge bleiben ja und er hat selber im video auch ausdrücklich gesagt dass man das video sagt mal weiter verbreiten kann das blende ich euch nachher auch ein dementsprechend ja wir gehen jetzt mal auch darauf ein nicht auf alle 25 minuten das könnt ihr euch gerne dann in voller länge anschauen ich packe euch das ja den link dazu und rein aber wir schauen uns erst mal ein teil an viele haben dann gesagt wir haben dann auch reingeschrieben jetzt geht die vorbestellung los und viele haben deshalb verstanden oh ja jetzt wird geworben aktiv ihr müsst den kaufen das ist der geilste lüfter überhaupt weil wir reingeschrieben haben revolution auf dem lüftermarkt viele leute verstehen nicht was damit gemeint ist ganz einfach und viele bewerten das ganze jetzt immer auf die auf die auf die temperaturwerte und das ganze oder auf die performance werte nein es hat nichts damit zu tun mit der revolution auf dem lüftermarkt das hat einfach viel viel mehr zu tun zum ersten alpha cool hat mit diesem lüfter ein metallrahmen rausgebracht die haben mehrere tests gemacht mit verschiedenen materialien und am schluss ein material gefunden wo eine extrem hohe dichte hat und diese dichte ist förderlich für absorption von vibrationen was dieser lüfter auch sehr sehr gut macht deswegen wie ihr seht haben wir weder hier noch vorne noch hinten irgendwo in kupplungsgummis zeigt mir ein lüfter ja außer so billigen billiglüfter oder sonst irgendwas wo das auch nicht brauchen aber die meisten premium lüfter haben einfach eine entkopplungsgummi braucht dieser lüfter nicht weil der rahmen frisst einfach schon vibration die revolution aber in diesem lüfter steckt in der entkopplung hier drin diese entkopplung zwischen dem rahmen und dem motorframe und das ist eine revolution nicht die performance werte nicht das ja es ist ein ganz normaler neunblatt lüfter mit einem geschlossenen frame und dem ganzen ja es steckt aber viel viel mehr know-how jetzt wird hier krass zurückgerudert ne also erst ist es die revolution am lüfter markt und es wird ja mehrfach im artikel geschrieben dass sich die anderen mitbewerber warm anziehen müssen und hier plus 130 prozent mehr volumen strom von dem von dem lüfter und es ist der beste lüfter der welt und er ist halt wirklich extrem gut es wird wird ja auch überall aufgelistet aber die revolution ne die revolution ist ist nicht performance die ist auch nicht dass der lüfter leise sondern die revolution von dem lüfter ist dass er hier metall hat Pascal willst du mir das jetzt wirklich gerade sagen und im artikel von igor steht drin dass das material was was übrigens laut igors eigener analyse einfach messing ist ja das ist jetzt nicht irgendwie rocket science material sondern igor hat er selber dann eine materialanalyse gemacht da ist kupfer zink zu sehen ja kupfer zink ist messing da ist nichts besonderes dran und igor schreibt es hat 2,5 prozent bessere dämpfungseigenschaften als aluminium wollt ihr mir jetzt ernsthaft sagen dass der ganze aufbau von dem artikel die revolution am lüfter markt die 2,5 prozent bessere dämpfung durch den durch die verwendung von messing am lüfter sein soll also es steckt auch in sechs pol motor trennung kein billiger vier pol motor und das sind solche dinge was die leute nicht verstehen mit einer revolution nur mal so ein sechs pol motor den hatte be quiet schon im silent wings 3 vor drei jahren das ist auch keine revolution es wird uns vorgeworfen aufgrund unserer rezession und unserer vorab pest hätte man nur diesen lüfter gekauft leute es steht nirgends drin von uns ihr müsst jetzt diesen lüfter kaufen ihr kriegt das geilste auf der welt hat keiner von uns gesagt also wenn ich mich richtig erinnere dann steht im artikel dass der alpha cool stealth metal fan der beste lüfter am markt ist punkt und wenn ihr sowas in den artikel reinschreibt dann führt das logischerweise zu vorbestellungen wenn ich sage dass das das aller aller geilste der beste kühler wäre auch immer der je gemacht wurde ist es doch absolut logisch wie kann man sich seiner verantwortung so dermaßen unbewusst sein was für einen effekt so eine aussage hat am schluss haben weder wir euch zu oder per telekinese dazu verleitet dass ihr mit eurer maus auf den alpha cool shop geht und selber drauf drückt und die bestellung auslöst wenn es euch doch nicht passt mit diesem lüfter dann sendet ihn doch zurück oder storniert was ist denn euch von schaden entstanden richtig keiner wir reden hier über einen lüfter über mehr nicht und genau das ist das problem die leute geben 30 euro für einen lüfter aus und die kaufen ja in der regel nicht nur einen sondern habt vielleicht einen radiator mit zwei drei vielleicht zwei radiatoren die geben teilweise über 100 euro aus um einen lüfter zu kaufen der in der praxis vielleicht schlechter ist als der lüfter den sie schon drauf haben wenn die da ein fantex t30 darauf haben oder den noctua lüfter dann tauschen die unter umständen den lüfter aus und haben eine schlechtere performance als vorher und du siehst nicht wo da eure verantwortung liegt wenn kunden hunderte euro ausgeben um was zu kaufen was schlechter ist als das was sie schon haben da fehlen mir echt die worte das hat ja angefangen nach dem video von roman das ist kein und ich sag's ganz klar es ist kein hate gegen roman überhaupt nicht roman hat nach besten gewissen so gemessen wie er es für richtig hält ich habe oder wir von igors lab haben so gemessen wie wir es richtig halten roman hat temperaturen gemessen ja er hat im prinzip man kann das ganze vergleichen so ein bisschen mit dem trackster ja ein trackster car das sind ja hochgezüchtete autos mit 5000 bs oder so und so kann man das jetzt auch vorstellen wir von igors lab mit unseren werten und unserer box haben diesen lüfter bescheinigt er hat 5000 bs mit unserer box weil unsere messung haben ja immer gepasst dass da jetzt noch andere umstände reinkommen wo man jetzt beachten muss speziell für diesen lüfter sei dahingestellt aber nach dem damaligen zeitpunkt haben unsere messung gepasst also wir bescheinigen diesen lüfter 5000 ps jetzt kommt roman und macht einen ganz anderen test er macht keinen performance test mit air flow druck und dba sondern er macht einfach einen test wie wirkt sich nun diese 5000 ps auf einen radiator aus oder auf die temperatur was ist passiert diese 5000 ps ist wie bei einem trackster man geht aufs gas und er dreht erstmal durch weil er die leistung erstmal nicht auf die straße kriegt und genau das ist hier passiert dieser lüfter hat 5000 ps kriegt aber die leistung unter gewissen voraussetzungen jetzt nicht auf die straße das verstehen aber die leute nicht ich muss sagen da ist der ingenieur in mir gerade so ein bisschen gestorben also der lüfter ist so stark ja der lüfter ist so stark dass er die leistung einfach nicht umsetzen kann das heißt er so stark der kriegt die luft gar nicht mehr durch den radiator oder durch den luftkühler der ist so gut aber der kann die luft einfach nicht umsetzen da hätte ich gern mal eine physikalische erklärung zu das schreit auf jeden fall nach einem neuen nobelpreis es gibt viele leute da draußen die jetzt einfach sehen oh ja dieser lüfter der ist ja gar nicht so geil weil er die temperatur nicht stimmen weil er das muss man sich einfach mal vorstellen wegen zwei grad wird jetzt hier rum geschrien wegen zwei grad ich meine was sind zwei grad das interessiert weder eure cpu noch eure gpu diese zwei grad eure cpu ist deswegen nicht schlechter oder hält nicht den takt oder sonst irgendwas das ist völliger humbug im enthusiasten bereich bewegen sich ganz viele produkte innerhalb von zwei grad celsius schaut euch ein wasser kühler an übrigens der alpha cool core one test bei igors lab der war auch krass in der kritik wer denn gemacht pascal was ist da passiert er wurde auf allen möglichen plattformen ich will nicht sagen zerrissen dieser test aber auch krass diskutiert weil da zum beispiel der kühler zwölf grad besser war auch wenn er in der realität irgendwie ein halbes grad besser war ja der test wurde auch von pascal gemacht und um zu diesen zwei grad celsius zurückzukommen das ist eine temperatur ein unterschied dann habt ihr bei wärmeleitpasten dann habt ihr bei lüftern weil heutzutage sind die produkte teilweise halt wirklich krass gut ausgereift und gerade jetzt bei igors lab schmückt man sich ja damit dass man ja die beste oder die zuverlässigsten messungen bietet und es wird ganz oft gegen andere auch her gezogen oder gesagt so ja die sind ja nicht so gut wie wir und dann spielen plötzlich zwei grad celsius keine rolle mehr die ja sowas von relevant sind in diesen ganzen tests das ergibt doch gar keinen sinn das kann so viele unterschiede haben gründe haben warum diese tests anders ausfall als sie bei uns und das müsst ihr langsam mal auch diejenigen die das einfach nicht verstehen begreifen ihr könnt nicht den test von roman nehmen und auf uns projizieren und wir nehmen nicht unseren test und projizieren den auf roman jeder hat auf seine art und weise richtig getestet und dem würde ich ganz klar widersprechen wie kann man in diesem stadium wo viele unabhängige tester das gegenteil bewiesen haben immer noch so kritikunfähig sein und einfach nicht akzeptieren dass man einfach scheiße gebaut hat man müsste einfach sagen so irgendwas ist ja falsch gelaufen wir nehmen den test offline wir testen das neu wir testen das praxisbezogen und zwar sofort weil ich habe meinen test in ein zwei tagen gemacht nehmen den lüfter packen auf einen radiator packen auf luftkühler und teste neu weil wenn ihr jetzt einfach nur sagt so jo wir nehmen jetzt unsere testkammer und packen den lüfter da wieder rein und testen neu das ändert ja nix dann habt ihr immer noch genau das gleiche wie vorher dann ist das ergebnis wahrscheinlich immer noch falsch ich ich checks einfach nicht was roman am schluss gesagt hat das ist das einzige was ich ihm angreide am ende des videos dass er da ein bisschen ob die werte von igor so passen oder so im ernst da hätte er eigentlich auch denken müssen ja moment mal die haben ganz anderen testaufbau als das was ich gemacht habe da hätte er einfach vielleicht ein bisschen neutraler sein müssen er hat einfach sagen müssen ja es sind verschiedene tests aber es sind auch andere werte und das kann man einfach nicht gemeinsam stellen komischerweise gibt es da draußen ganz viele menschen die das wohl verstehen aber diejenigen die es nicht verstehen sind genau diejenigen die jetzt mittlerweile in foren rumbaschen in videos rumbaschen alles anzweifeln solche dinge sagen wie höh igor ist ein betrüger der pascal ist ein betrüger der hat ja nur gelogen oder hat man manipuliert und bla 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 genauso hat auch igor am samstag ein statement rausgelassen und die leute lesen es so und das ist auch so etwas was ich nicht verstehe dass die leute einen text lesen und nicht in ihrem hirn umsetzen können was in diesem text eigentlich drin stand dass da drin stand nicht pascal hat den fehler gemacht oder pascal hat manipuliert oder sonst irgendwas er hat einfach nur gesagt pascal hat es den gemessen nach besten gewissen man hätte es vielleicht gegen checken müssen es hätte vielleicht gewisse sachen auffallen müssen was sie aber nicht sind warum auch weil meine letzten 50 tests haben ja gepasst von daher und der ablauf ist immer der gleiche er hat weder hat er gegen mich gepächt oder sonst irgendwas warum er mich jetzt aus dem ding abgezogen hat mit den lüftern ist zum schutz weil er einfach aussagt er sieht es nicht ein dass ich so etwas gepächt werde wofür ich nichts kann und natürlich qualifizieren 50 tests vorher dass der einundfünfzigste test auch immer richtig ist das ist ganz klar das ist das maß der dinge wenn man einen test mehr macht dann ist er auf jeden fall richtig zeigen natürlich auch die ganzen kommentare in den foren dass das der fall ist ich weiß das ist ein lüfter ich meine das ist ein lüfter das macht euch recht gesund ist es bringt euch keinen lebensunterhalt ist es keine ahnung warum warum heult man jetzt rum wegen einem lüfter das ist einfach nur mein meines nach dumm vielleicht weil hunderte und auch tausende leute wahrscheinlich den lüfter vorbestellt haben tausende zehntausende vielleicht sogar hunderttausend euro umsatz da generiert wurde von dem lüfter der nachweislich einfach nicht der beste lüfter der welt ist und es ist mir einfach unbegreiflich wie man in so einer position so unfassbar verantwortungslos handeln kann und einfach auf das geld der leute so hart scheißt gerade als reviewer hat man auch einfach eine verantwortung dass die ergebnisse und die empfehlungen die man liefert dass die auch passen und genau das habe ich gerade pascal mehrfach versucht zu erklären und er versteht das einfach nicht er rechtfertigt sich dann immer nur mit angriffen denen er ausgesetzt ist aufgrund von seinem artikel aber es sieht gar nicht mal den fehler oder das problem ein auch wenn ich es ihm dreimal geschrieben habe es sieht das problem nicht ein und ich habe dann ja wie gesagt auch mit igor darüber telefoniert und in dem artikel von igor beziehungsweise dem statement stand da drin dass pascal freigestellt ist er hat er noch mal ganz klar gesagt pascal wurde nicht gekündigt pascal wird weiterhin für ihn testen und ich verstehe es nicht wenn jemand so handelt und nachweislich dann fehler macht die wirklich tragweite haben auch für unternehmen wie alpha cool ist dann einfach zu sagen ja der testet dann trotzdem weiter vielleicht keine lüfter aber dann macht er halt keine ahnung wasserkühlungen oder ich weiß es nicht ich finde es ein unding dass man dann anonym ja mit irgendwelchen neu erstellten e mail accounts entweder mich zu scheißt oder igor mit bedrohungs mails mit ja den abfälligsten bemerkungen ich wünsche und ding dass man anonym mit unterdrückter nummer auf meinem telefon anruft oder auf igor ich hatte glaubt bis zum heutigen datum habe ich über 400 anrufe und über glaubt 600 mails und bei igor sieht es besser aus beleidigungen im internet sind absolut inakzeptabel da gibt es keinerlei diskussion da gibt es auch nichts dazu zu sagen ich versuche auch immer wenn das mal so richtung beleidigungen geht den leuten klar zu machen dass wir alle auch reviewer leute youtuber menschen sind die ganz normal leben und sich die kommentare unter umständen auch zu herzen nehmen aber 400 anrufe und 600 e mails und ich muss sagen ich habe schon viele shitstorms oder dramen erlebt auf youtube und in social media und es ist ja immer das gleiche wie das so grundsätzlich abläuft wenn es ein kritikvideo gibt wie dieses dann hat es folgen diesen folgen muss man sich bewusst sein im video vorher wurde aber zum beispiel das wort und der name pascal von meiner seite aus auch nie erwähnt das war keinem von euch zuschauern klar da bin ich mir sicher und wenn ihr zum beispiel zu dem youtube kanal von pascal geht auf dem das statement hochgeladen wurde und man schaut sich das letzte video an das video hat keinen einzigen dislike und ich kann euch eins sagen wenn ihr im internet scheiße baut und ihr bekommt öffentliches kritikvideo dann gibt es immer irgendwelche leute die irgendwo hingehen dumme kommentare verfassen disliken und da könnt ihr nichts gegen tun man kann die kommentare vielleicht löschen aber die dislikes auf gar keinen fall und wenn du keinen einzigen dislike auf deinem video hast dann hast du auch keine 400 anrufe und 600 e mails bekommen das ist utopisch und es ist einfach nur gelogen das habe ich pascal übrigens geschrieben und dann habe ich gesagt du kannst mir das ja beweisen schick mir doch einfach mal ein screenshot von den 400 anrufen oder e mails innerhalb von zwei minuten weil ansonsten könnte man sich natürlich irgendwas hin photoshoppen meint ihr da kam noch eine antwort natürlich nicht ich möchte einfach nur gesagt haben leute werdet mal wieder normal hört auf mit so einem scheiße macht euch mal gedanken ob es wegen einem lüfter nötig ist so einen hass zu verbreiten weil ansonsten muss man ganz ehrlich sagen bringt diese ganze review sache diese ganze videosache allgemein überhaupt nichts wenn die leute nicht verstehen wie man tests zu lesen hat also wenn ihr ich meine wenn ihr lüfter habt mit plus 130 prozent luftstrom und der dann ein paar grad zelt so schlechter ist dann versteht ihr das halt einfach nicht das ist dann dann der performt eigentlich nicht schlecht aber ihr versteht es einfach nicht ihr dürft dieses video gerne teilen ich werde auch die kommentarfunktion extra offen lassen für die ganzen hater da draußen wo jetzt wieder quieken und quaken und keine ahnung ihr dürft jetzt hier ihr könnt euch euren geistigen dünnpfiff könnt ihr hier jetzt unter diesem video ablassen macht es haut rein viel spaß ihr dürft dieses video teilen ihr dürft es überall verbreiten zeigt mal vielleicht hat jetzt mal was gebracht wenn einer mal wirklich offen redet und sagt wie die sache aussieht macht es tut es ich mich würde es freuen wenn dieses video teilt und vielleicht da draußen dann so manche auf die idee kommt so scheiße vielleicht war alles nur ein bisschen überreagiert das ist auf jeden fall nicht so gut gealtert weil zum jetzigen zeitpunkt ist das video offiziell von pascals seite nicht mehr online aber er hat ja ganz klar gesagt ich soll es verbreiten und man soll es kommentieren und sich ein eigenes bild dazu verschaffen er hat es ja selber auch in allen foren verbreitet er hat es bei pcms hardware gepostet bei hardware looks und so weiter und ich wirklich da ich weiß nicht was ich dazu sagen soll das ist so katastrophal das problem ist gar nicht dass bei igors lab so ein krasser fehler gemacht wurde der auch tragweite hat weil er so viele leute vorbestellt haben es ist der katastrophale umgang mit allem wirklich das ist das krisenmanagement davon das ist so unbegreiflich schlecht dafür da weiß ich einfach nicht was ich dazu sagen soll wenn es um zehntausende vielleicht hunderttausend euro geht und geld von kunden die produkte bekommen die nicht realität entsprechen und das einem komplett egal ist man trotzdem auf seiner meinung aus irgendwelchen gründen beharrt die technisch in keinster weise zu belegen ist dann ist es einfach das ist eine verantwortungslosigkeit und eine kritik unfähigkeit die ich in unserer branche glaube ich so noch nie erlebt habe und pascal jemand wie du hat in dieser industrie mit dieser einstellung keinen platz ich mag auch befangen sein in manchen dingen ich habe meine eigenen verstrickungen weil ich meine eigene firma habe aber ich versuche alles nach bestem wissen und gewissen immer zu machen und wenn es bei mir einen fehler gibt dann tue ich alles um irgendwas aufzuarbeiten und das ist alles was man von euch erwartet hätte einfach zu sagen ey ihr habt recht irgendwas passt bei unserem test nicht wir nehmen den test offline wir testen noch mal neu anders nicht in dieser box sondern einfach anders und schauen was passiert das hätte euch niemand übel genommen weil fehler passieren aber nach wirklich wochen und monaten wissentlich darauf zu beharren das geht nicht das ist absolut inakzeptabel wie gesagt ich pack euch alle quellen unten mit rein was irgendwelche forenbeiträge statements und so weiter betrifft dann könnt ihr euch gerne euer eigenes bild verschaffen ich finde es wirklich schlimm ich finde es wirklich schlimm dass da so gehandelt wird einfach nicht akzeptabel von pascal in keinster weise dass das geht einfach überhaupt gar nicht dass igor da nicht versucht zu intervenieren und dann auch zu mir sagt so er kann ja nichts gegen so ein statement machen er hat mir dann danach geschrieben ja das wurde er jetzt auf privat gestellt aber erst nachdem ich halt richtig terror gemacht habe ja und für mich ist dann halt immer die frage hat man jetzt angst davor dass ich so ein video mache und das outcome ist natürlich dass ich so ein video mache weil ich das auf jeden fall nicht machen werde dass ich so ein problem irgendwie verschweige weil es für den kunden katastrophal ist da geht es um da geht es einfach um reputation und das ist genau das was igor sich gerade verspielt was extrem schade ist weil wenn igor selber was macht dann hat das einfach hand und fuß der weiß wie man teste der macht das selber und das problem ist er hat es ja nicht selber gemacht dann aber sich einzugestehen dass es nicht funktioniert hat es nicht selber zu machen und einfach zu sagen so jo da ist was bei uns schief gelaufen ich teste das nochmal selber neu und kommen da auf euch zurück das wäre der weg gewesen und auch seitens alphacool weiß ich nicht ich weiß auch nicht seitens anderer hersteller was man da tun soll weil man muss jetzt natürlich auch denn den alphacool core one wasser kühlungstest der jetzt glaube ich mittlerweile auch offline ist dann sollte man natürlich auch noch mal betrachten weil ich weiß auch da gibt es seitens der anderen wasser kühlungshersteller watercooler wie auch immer auch ziemlich in unmut weil der test natürlich auch nicht der realität entspricht wir haben selber den core one getestet wir wissen dass es wahrscheinlich mit einer der besten wasser kühler am markt ist das ist unbestritten das ist ein wirklich gutes teil aber eben überhaupt nicht in dem maße wie es in dem igors lab artikel drin stand der auch von pascal gemacht wurde und alphacool ich mag euch wirklich das wisst ihr ich habe vor kurzem ja erst auch mit dem chef davon telefoniert mag ihn persönlich sehr ich wünsche alphacool da auch das beste nur dass ihr da aus der situation irgendwie vernünftig rauskommt und aus meiner situation oder aus meiner sicht ist es einfach notwendig da vernünftig zu kommunizieren logischerweise leute die dann vielleicht nicht mehr vorbestellen wollen das natürlich zu erstatten zu sagen ja wir stornieren hier ich weiß auch gar nicht wie das ist aber überhaupt schon lüfter verschickt wurden wenn keine verschickt wurden ist das eh okay dann kann man einfach sagen so statement machen und wer ja eben jetzt vielleicht nicht mehr das bekommt was am anfang versprochen wurde einfach das geld erstatten dann ist es relativ einfach seitens alphacool gelöst und dann muss man sich vielleicht selber überlegen wie man in zukunft versucht solche sachen zu verhindern damit sowas nicht mehr passiert weil wenn man sich natürlich auf eine person verlässt die dann ein vorab test macht und der ist halt komplett aus der welt dann kommt es zu sowas hier und das ist nicht gut so viel zu einem follow up zu meinem apex lüfter der an sich ja witzigerweise gar nicht so schlecht ist das problem ist nur die erwartungshaltung hätte man den igors lab artikel vorher nicht gehabt mit den krassen versprechungen die da gemacht wurden dann bin ich mir sicher dann wäre der lüfter ganz anders aufgefasst worden dann wäre wahrscheinlich relativ neutral bis gut angekommen man hätte gesagt so ein guter lüfter ist leise stabil gebaut geiles zubehör genauso wie ich es nämlich sehe weil nämlich jetzt ist es so der größte verlierer von der ganzen sache ist lustigerweise am ende der lüfter weil klar solche sachen hier die behält man im kopf und die sind sehr negativ ich bedanke mich fürs zuschauen lasst mich gerne wissen was ihr davon haltet Politiker 10 14 15 15 16